So Leute, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge. Mittlerweile sind wir entkommen und möchten irgendetwas finden, um uns zu verteidigen, uns zu retten. Erst immer schön eine Waffe schnappen, das ist das Beste. Oh, das ist noch was. Sichel. Sichel ist, denke ich, besser wie das. Guck mal, das benutzen? Nö. Natürlich scheiße. Klasse. Das ist natürlich weltklasse, da haben wir einen, der denkt richtig nach. So. Das Gewehr wird man brauchen. Uh, komm mal, das Gewehr braucht. Uh. Echte Scheiße. Scheiße, scheiße, scheiße. Was? Ja, ich sehe ihn. Was ist er denn? Wo ist er? Da war ich doch wohl etwas langsam. Ich habe das ja gar nicht gesehen. Na dann. Machen wir das Ganze noch einmal, Leute. Drecksau. Und zack. Bastard. Ich mach dich fertig. Ich mach dich fertig. Kenny, mach doch mal was. Boah, scheiße. Ei, ei, ei. Komm schon. Mach dir kalt. Mach ihn kalt. Mach ihn fertig. Ah, scheiße. Kenny. Kenny, du Idiot. Der Typ lebt noch. Noch. So. Oh. Ist das jetzt aber nicht? Ich würde dich jetzt töten. Äh. 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 Tja. Ja, genau. Mit bereit die Wahrheit. Ich geb dir gleich Wahrheit mit einem Mischgabbel in die Aue. Ah, misch. You can't eat it. You're already tated. You ain't gonna kill me. Just like you could kill me. Jolene. You don't have what it takes. Fuck you kill. Eigentlich müsse ich eine töten. Auf andererseits so. Ich weiß nicht. Andererseits finde ich auch nicht besser wie Dieter, ne? Ja, ich weiß nicht. Ja, das hätte nämlich auch wieder ein schlechter Eindruck eigentlich gemacht. So, na die Frage, ob es Kerney ist noch am Leben? Ach Gott, was das ist für eine scheiß Klingerei hier schon wieder. Ich habe keine Zeit, ich habe keine Zeit. Charlotte mitgenommen, wer ist Charlotte? Oh, 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 wer ist das? Wer ist Charlotte? Egal. Wird vielleicht die Kuh sein? Kein Blatt ist das. Da drin sind sie. Die Pisser. Hm. Strom. Oh, scheiße. Hä? Woher kommt, die sind immer her. Ist alle okay? Sie haben sich sehr lange weggezogen. Sie haben uns verraten. Ich wusste es. Ich habe gesagt, wir können sie nicht glauben. Schöne. Wie viele von ihnen sind da? Zwei in der Mitte. Woher? Larry ist tot. Sie haben die Kuhlge ausgeliehen und versucht, sie zu uns zu verraten. Schöne. die waffe könnte ich gebrauchen verdammte kacke klasse doch noch schön ohne waffe ich will euch aber weh tun fuck go britta So, ich habe jetzt die Frage, wenn ich das aufmache, knallst du das ab oder nicht? Ach du Scheiße. Ich schwingte einfach, lass uns in Ruhe. Du Schlampe. Genau. Wer ist das überhaupt? Ähm, hier. Ich habe doch gesagt, dann muss es nicht enden. Immer schön, weil er geht nicht hinter uns hinter die Pfad. Was war das? Leute, kommt schon. Sie sind tot, klasse. Das hat sie jetzt wieder gebracht, schon zweimal erschossen worden. Das kann man nicht angehen, ich brauche einfach eine Schusswaffe. So, lass sie gehen. So, jetzt aber. Da oben furchtet mich, habe ich gesehen. Der Mark. Komm schon, du weißt, dass du das nicht willst. Geh weg und lass uns weg. Stopp da da, ich muss es! Das wollte ich jetzt irgendwie nicht sagen. Keine Ahnung warum. Ich habe eigentlich darüber... Ah, Scheiße. Ich habe eigentlich einen anderen Knopf gedrückt, aber irgendwie... War es sowas aussieht doch sehr falsch, ich glaube. Hehehe. Wuhuhuhu. Ja. War super glücklich. Es ist immer schön, wenn wir so viel Leben hatten. Und ich nehm natürlich auch so, es ist die Hände. Weil es erschossen wird. Genau. Das würdest du eh nicht tun, alte Nudel. Du. Genau. Es gibt noch andere Wege. Zum Beispiel kannst du da hoch und dann hast du da oben. Tja. Komm schon, Brenda. Brothaariger Engel. Hopp. Brenda. Komm. Mark, schnapp sie dir! Kann aber nicht angehen. Muss ich noch weiter nach hinten drängen. Ah, scheiße. Alter, das gibt's ja nicht. Ah, fuck, Mann, das ist ein Scheiß. Wo ist denn jetzt auch noch so? Komm schon, Andy. die schön anlagern kommt schon an die jetzt wird gekämpft jetzt geht's ab jetzt geht's ab jetzt geht's ab auch 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 Oh Gott! Ouch! Warum läuft der eigentlich auf einmal wieder? Steh auf, steh auf! Lass mich in Ruhe! Lass mich in Ruhe! Elender Pendler! Lass mich! Ich kriege gerade einen Krampenfinger! 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 Gott sei Dank! Was? Und zack! Und zack! Oh, ein bisschen die Kaulaisch neu sortiert! Ja, ich glaub so langsam ist gut, ne? Und man muss es nicht übertreiben! Ja, ja! Ja, ja! Genau! Oh! Fuck you! As soon as Danny Mama get out of here! You... You're fucked! Ich hab dir gesagt, es ist vorbei! Es ist vorbei! Einmal weg! Warte weg! Ja! Es ist vorbei! Oh man... nett wenn die Kiddies dabei sind das ist natürlich leicht scheiße so Leute ich glaube es wird Zeit mal los zu gehen nicht weiter gucken, laufen da kommt sogar die Mutti runter gesteuert du kämpfst wie ein Milchbauer ich hätte ihn eliminieren können aber wenn die Kiddens beißen ist das immer scheiße das macht so leicht schlechter Eindruck ja 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 sie ja 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 das ja 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 du 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 Ja genau, lass mich mal ein bisschen umquatschen. Für Lillys' Vater zu töten? Ja, ich würde so denken. Ja? Was denkst du? Du bist kein Hero. Du hast zwei Leben in diesem Fleisch verletzt. Kenny, du bist ein schlechtes Mann, Mark. Was zur Hölle machen wir jetzt? Ich meine, was soll man sonst sagen? Kannst du sagen, du hast nur umgelehnt, du Dreckzau. Und das ist auch nicht viel besser, wie... Lee, sind die schlechte Menschen tot? Ja, Walkers haben wahrscheinlich sie bekommen. Sie waren sehr schlechte Menschen. Und sie wurden dafür verletzt. Okay. Hey, Dad. Was ist das Geräusch? Kleine? Sieht wie ein Auto. Oh Gott, nicht mehr Stranger. Auto kann positiv und negativ sein, ne? Tja, nicht lang anklort zu verstecken. Immer schön in Deckung bleiben. Kopf unten halten. Ha. Das sieht mir stark nach einer Falle aus. Hallo? Hallo? Ne, ist langsam an dem Wagen. Ich hab gar keine Waffen mehr. Verdammt. Hallo? Kuckucks. Kuckucks. Ich hab keine Waffen mehr. Wir wissen nicht, ob diese Leute sind. Wenn sie zurückkommen, dann sind wir nur monstern, die aus der Wurde und verbringten ihre Leben. Das ist kein Wagen. Dad, wer ist die Auto? Genau. Ja. Genau. Tja, Wasser wäre natürlich ganz gut, aber andererseits gibt's ja auch genug Bäche und Flüsse. Teige. Mehr. Ja. Hm. Nett. Okay. Whatever, Mann. Es wird bald kalt werden. Hey, es gab ein paar Batterien in einer dieser Box. Ich dachte, sie könnten in deiner Camcorder arbeiten. Hier. Du kannst auch ein paar. Für deine Walkie Talkie. Batterien, hm? Ja. Ewig. Ewig. Und drei da. Oh Gott. Lee. Willst du das sehen? Hä? Was? Ja, was dann? Was habe ich da gerade gesehen? Was habe ich da gerade gesehen? Ja, die Tür. Ah, jetzt! Oh, shit. Oh, shit! Die alte Tage. Okay. Oh, darling, look at you, look at you. Uh-huh. Oh, you need a mama, sweetheart. We won't let them bandits get you, we're at the tower. Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, yeah. And you're sure? Oh, yeah. Oh, yeah. Und du bist sicher? Sie sehen, dass sie die Dinge wie sie damals waren. Die Todes nicht sterben. Es ist das Leben, die Freiheit zu haben. Die Leute, die ich immer nennen, haben sie Freunde. Es sind die Leute. Ich auch. Nehm dich, kleine Frau. Die Leute haben ihre Augen auf sie, nicht wahr? Es ist lange, wenn sie immer wieder getrunken von ihnen. Du bist immer sicher. Ich versuche. Okay. Ach du Scheiße. Ja, das war dann wohl diese kleine liebe Frau, die die Mütze geklaut hat. Die alte. Folge Nummer 2 rum. Das ist ja passend. Okay, das nächste Mal haben wir... Alles im Arsch. Ist das alles, was du hast? Ich habe dir gesagt, diese Stadt ist getrunken. Hast du eine Idee, was wir tun mussten, was wir tun haben? Jo, Kammer. Das ist verrückt. Ich bin derjenige, der diese Gruppe zu gehen. Wir können das alles auslesen, okay? Wir können das auslesen. Ich werde dir sagen, was wir auslesen müssen. Wir können nicht eine Person das auslesen lassen, für alle anderen. Ich habe da mal geschmeidig. Episode 3, der lange Weg. Oh, da wird das Bein abgehackt. Du und 43% der Spieler hätten sein Bein abgehackt. Jolene erschossen. Du und 60% der Spieler... Ihr zugehört. Gut. Geholfen Larry zu töten. Ja, 50-50, okay. Oh, 60% haben nicht beide Brüder getötet. Das ist natürlich... Und etwa fast wieder 50-50, okay. Ja, alles im Ganzen bin ich ja etwa im guten Mittelfeld gewesen. Würde ich sagen, das nächste Mal fängt dann Episode 3 an. Bis dahin, macht's gut und Tau 3!